Ich glaube es hat man, wir sind doch kein Flüchtlingsheim. Wer ist die Alte? Warum gibt die ihr Kind bei dir ab? Das weiß ich, keine Ahnung. Du hast sie doch nicht gefickt. Alter. Das ist sechs Jahre her. Du hast ne Negerin geknallt? Die war damals heller? Darf ich was zu trinken? Du kannst dich verpissen! Kommt ruhig! Es ist mir sowas von scheißegal, wie du das machst, aber die muss weg. Ruf irgendjemanden an, der die abholen kommt. Und wen denn? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, die ist fünf vielleicht oder sechs, die ist so groß. Das ist nicht meine Tochter, die wurde von ihrer Mutter hier vor meine Haustür abgesetzt. Was? Ich hab... Hallo, das war das Jugendamt. Ja und hast du Bock, dass die hier herkommen? Ach so, ja, ne. Ach so, ja, ne. Ach so, siehst du ja. Hast du eine bessere Idee? Nein, Mann, es funktioniert, es klappt. Ich weiß nicht. So ein Kuscheltier und ganzen Klamotten und so? Ja sicher. Ey, fasst es nicht an! Was machen die da? Die baschieren, das sind Soldaten. Warum sehen die alle gleich aus? Was? Scheiße, hier bietet keiner. Ein Negerkind, klar, will doch keiner haben. Vielleicht sollten wir es doch verschenken. Ja so Charity wegen Neger und so. Ich weiß nicht, das ist krank. Das Kind ist krank? Was? Ne. Ich hab's gewusst, was hat's denn? Gar nichts. Klar, Mann, es hat die Seuche. Ist doch logisch, dass die keiner will, wenn die die Seuche hat. Wer heißt die? Lara. Nein, die Seuche. Weiß ich nicht. Evolo. Wenn die gehustet sind, sind wir alle tot. Willst du das? Die darf doch gar keinen Fall husten. Ich hab Angst in mein Leben. Kai! Mann, das bringt doch nichts. Ja, aussetzen kann man sie auch nicht. Ich sag mal, wo sind denn deine Eltern? So. Endliches Negerkind weg. Nächstes Mal fickst du ne Weiße, klar? Hoffentlich passiert dir nichts. Die ist abgehärtet. Die kommt aus Afrika. Wüste. Löwen und so. Ja, vielen Dank. Es ist sehr lieb von Ihnen. Ich hätte sie jetzt auch selber angerufen. Ist denn Ihre Frau zuhause? Nö, die macht Urlaub. Ach, Holung. Also. Ja. Wiedersehen. Tschüss. Ja, Wiedersehen. Wo hast du denn unsere Adresse her, Lara? Von Mama, wenn ich mich mal verlaufe. Wenn du dich mal verläufst, verlauft dich gefälligst woanders hin, aber nicht mehr zu uns, klar? Groß, wir haben ja keinen Platz für Neger. Jetzt geh. Warte. 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 Viele von euch wollten mal wieder ein Do-It-Yourself. Machen wir. Heute zeige ich euch, wie wir aus einem Hakenkreuz ein wunderschönes Kinderspielzeug machen. Okay, aufpassen. Aufpassen. Das ist der Wahnsinn. Wirklich. Also, zum nächsten Video geht es hier hin, zum letzten da. Daumen hoch und abonnieren natürlich. Haut rein. Und du kommst jetzt über mein Bett. Und du kommst jetzt mit den gleichen Bis zum nächsten Mal.